Wir haben ihn einfach zerstört! Wir haben ihn zerstört, Mann! Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich kann's euch sagen, Freunde. Wir haben einfach eine super Party! Und weißt du was? Wir machen mal Magic Apple, einfach um mal zu sehen, wo wir hier rauskommen. Gut, es ändert leider nichts daran, dass das Spiel ab und zu mal noch stehen bleibt hier. Aber naja, was soll's. Ist jetzt gerade gar nicht mal so schrecklich. So, Disarm. Noch Level 20, die eine Spalte da. Das geht natürlich nicht. Death, 19. Toll. Na, die sind sowieso gleich hinüber, also macht das auch alles nichts. Ach, da wollte er mich wohl wieder tödlich verzaubern, ja? Könnt ihr aber mal vergessen! Vergessen könnt ihr das! Slow Roast! Bamsen! So, ja, den nächsten Kampf schneide ich dann aber wirklich wieder. Es sei denn, es passiert irgendwas Außergewöhnliches. Dann muss ich natürlich sagen, also, ne? Geht das natürlich nicht. Hätte mal lieber Charm C machen sollen. Weil, ob hier jetzt einer wegstirbt, ist jetzt eigentlich auch nicht so entscheidend mehr. Nur ein Rank 5 Drop auf Position 1 wäre jetzt natürlich schon schön. Also, beim Super-Flam momentan wäre es schön, wenn wir hier, also wenn wir da was kriegen könnten. Das wäre schon ein A Dream, möchte ich sagen. A Dream come true. Wobei, A Dream ist schon true gekammt in dieser Session. Wir haben Death Pudding besiegt. Wir haben ihn einfach zerstört. Wir haben ihn zerstört. Mann! Es ist eine Freude, ist mir das. Es ist so schön. Jetzt muss ich mit dem Lobesfümden für mich selber mal wieder aufhören. Es ist schön und wir haben es geschafft und es ist alles super. Problem ist, dass wir jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Und das ist ja das eigentlich Doofe. Weil verlieren will ich jetzt hier nicht nur, um den Weg abzukürzen. Es ist ja trotzdem alles Training. Und wir können das Training immer noch gut gebrauchen. Den nächsten Boss habe ich auch als nicht so ganz schwer in Erinnerung. Aber der Boss danach. Für A++. Habe ich noch nie geschafft. Weiter bin ich in dem Spiel noch nicht gekommen. Weil das dann einfach so krank ungefähr wurde. Äh. Wo ich mich gefragt habe, wie... Why are you doing? Äh. Why are you doing this? Und das ging dann einfach nicht. So, könnte sein, dass wir jetzt hier ablosen. Durchaus. Offensichtlich nicht. Evo Flan war doch gerade schon dran. Können jetzt mal die anderen bitte zum Zug kommen? Bevor sie tot sind. Also bevor sie tot sind, wollte ich jetzt eigentlich fragen. Jetzt guckt euch das an. Wenn wir das jetzt nicht kriegen hier, die 10.000, 11.000 Punkte. Alter. Alter. Das ist so krank. Es ist gerade so geil. Ich weiß nicht. Durch das Iron Flan ist irgendwie gerade alles besser geworden. Huh. Herrlich. Herrlich. Ach, toll, Freunde. Toll. Ich freue mich ein wenig. So ein ganz klein wenig. Vielleicht auch ein bisschen viel mehr. Das kann sein. Ja, ja. Ja, ja. Wunderbar. Aber Venus Traps sind jetzt auch nicht die Krönung, muss ich sagen. Och, Menschen. Barbecue-Flam. Das ist doch Mist. Alter, alter, alter. Ja, das ist alles so geil. So. Mit dem muss ich Poison machen, damit du da noch ein Level Up bekommst. An der Position. Und dann eskaliert der Combo-Counter halt einfach. Was war denn jetzt los? Habt ihr den Kreisel gerade gesehen? Das kann ja wohl nicht angehen jetzt hier. So. Schauen wir nach dem Guardian nochmal. Resistplus müsste ja noch drinnen sein, du? Ja. So. No Charm-C. Level 33. Das ist eigentlich auch ein bisschen sehr krank, muss ich sagen. Aber naja. Was soll's. So. Hier oben sind wir dann schon im Crystal Mountain zurück, ne? Hello again. Long time no see. Big Flan. Wäre jetzt noch ein bisschen die Krönung, muss ich sagen. Ja, Bloorboa. Also, ihr seid gleich hinüber. So sieht's mal aus. Einfach Glasteroid rein und dann ist gleich Feierabend hier. Und Slammo, siehst du? Das ist gleich hinüber. Ich wollte die Kämpfe wieder schneiden, ne? War das nicht so? Okay, ab dem nächsten mache ich's jetzt wirklich. Meine Ecke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Naja, schön. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Flada. Ich weiß ja, wo's ist. So, wir sind bei geiler Musik in der Mushroom Passage mittlerweile angekommen. Also, die Attackenkombination Guardian, Blasteroid, Clock Slap und Bounce. In Verbindung mit Super Ackett. Also, teilweise komme ich nicht mal bis zum vierten Flan. Ist schon lustig. So, wir gucken nach wie vor trotzdem, wie's hier, wo's hier lang geht. So. Man guckt, ich glaub, hier hoch, ne? So, wir sind im Dead Flans Pit. Das ist leider schade. Ich weiß auch jetzt hier gerade nicht, wo's lang geht. Wer warst du eigentlich? Hallo? Kann ich dich nicht mehr anlabern? Wieso nicht? Hallo? Ich wollte den doch nur anlabern. Hallo? Okay. Okay, den Kampf schneide ich jetzt mal schnell rein, weil ich euch beim Flanroid 01 zeigen will, wie geil es eigentlich ist. Also, Guardian. Vielleicht komme ich nicht mal bis zum Crystal Flan. Blasteroid? Sie sind schon hier nie war. Und Clock Slap. So war's. Das ist sehr schön. Aber gut, hier sind die Gegner auch einfach. Ich kann den nicht mehr anlabern. Das ist natürlich schade. Naja, was soll's. Ist auch nicht so wichtig. Hier waren wir jedenfalls falsch. Wir müssen hier rüber. Und hier müssen wir hoch. So. Und schon wieder ein Kampf. Aber den lasse ich jetzt auch mal drin. Weil, das dauert jetzt ungefähr 15 Sekunden und dann sind die hier rüber. Naja, vielleicht nicht mal ganz so viel. Waren jetzt vielleicht sieben Sekunden. Ist das geil. So. Hier müssten wir jetzt ja gleich eigentlich im Dings sein. Im Verbind Corridor, oder? Hallo? Hallo? Nee, falsch. Dann müssen wir hier nach links, glaube ich. Wenn das geht. Und es geht. Da drüben ist auch noch eine Tür. Ich glaube, wir haben hier alle schon angequatscht. Also, das müssen wir jetzt hier nicht machen. So. Und wir sind im Verbind Corridor. Und wir bekommen Werbung fürs Frost Flan. Aber, nö, du Pumpko. Haben wir die schon mal besiegt? Die kenne ich gar nicht. Aber wir machen natürlich Schema F. Ich habe das Gefühl, ich kenne die gar nicht. Komisch. Naja. Ja, mit Slammo geht es natürlich auch alles hier. Minor Poison. Achso, hier war der Sequel Scholar, ne? Genau. Das hatte ich euch ja schon mal übersetzt. Wenn die Zeit ran ist. Ja, mal sehen. Wir wollen es mal sehen. Ich bin auf jeden Fall falsch gelaufen gerade. Ich muss noch mal hier runter. Ach, Mist. Wo muss ich denn hin? Ich muss unten und dann nach, also von hier aus gesehen, nach links. Gut. Oh Gott. Zwei von den Teilen. Mensch, die sind doch im Handumdrehen hinüber. Komm, zack. Ende. Ende, ihr Lände. Oh, wie spät ist das schon? Schon halb acht. Mein Gott. Ich bin zwar froh, dass heute Samstag ist, aber... Naja. So, vielleicht laufe ich jetzt hier auch gerade schon wieder falsch. Kann auch sein. Mit euch habe ich aber... Ich habe mit euch allen schon gesprochen. Ah, ja. Das ist übrigens ein Oddblock, findet ihr nicht auch? Merken, bitte. Merken. Danke. So, ist jetzt hier eine Sackgasse oder... Mhm. Schön. Wie kam ich denn da oben rein, sag mal? Ich habe es gerade vergessen. Toxic Flan. Auch nicht schlecht. Gibt halt Poison-Bonus. Ein bisschen schade, dass Evo Flan leider zuerst dran... Oh. Das ging jetzt noch deutlich schneller, als ich dachte. Warte, wie komme ich denn mal oben rein? Kann ich hier durch? Ne, hier ging es nicht durch, ne? Oder? Doch. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ach, Mist. Ich muss zum Monkstempel. Das kann ich ja verraten, weil was anderes ist da oben ja nicht. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie komme ich denn mal am schnellsten hin? Das weiß ich gerade nicht so genau. War das hier? Oder war es hier? Ne. Komme ich wieder nur zu dir. Have you met my friend Coffee? Ich glaube, mit dem haben wir schon gesprochen. So, hier ging es nicht durch, ne? Ja, toll. Also wieder oben rum. Mist. Wie komme ich denn da durch? Ging es hier noch weiter? Äh, hallo? Hallo? Ach, hier. Könnte es hier richtig sein, Barbecue-Flan? Sag mal. Sag mal schnell. Ja, aber auch wenn das hier sechs Mon-Bars sind. Oder Mom-Bays. Deswegen sterben die leider trotzdem instant gleich. Habe es ja gesagt, ne? Ach, macht das Spaß hier durch zu rushen einfach. Achso, ne. Hier lang, ne? Ne, auch nicht. Verdammt. Oder waren wir da gerade schon richtig? Ist das nicht. Ja, wir waren offensichtlich richtig da hinten. Doof. Heißt, wir müssen hier wieder zurück. Und jetzt aber hier nach unten, glaube ich. Weil wir bei den anderen nicht durchkommen. Hier ist wieder der Oddblock. Hier müssen wir vorbei. Und jetzt hier hochgehen. Ja, hier ist es doch richtig, mein Gott. Lauf halt mal ordentlich hier durch. Das müsste jetzt eigentlich stimmen. Ultima-Flan auch lange nicht mehr gesehen. Ah, ja, die kämpfen. Jetzt nerven die Kämpfe leider ein bisschen. Weil, ich sag mal, es geht schnell. Aber Ultima-Flan, wo wir gerade von gesprochen haben. Aber, ja. Was soll ich sagen? Wieso geht es denn hier jetzt nicht weiter? Ich verstehe das nicht. Hier geht es gar nicht weiter. Prima. Komplett falsch gelaufen. Müssen wir jetzt nach links oder nach rechts? Geht es mal nach links. Das muss doch hier irgendwo stimmen, mein Gott. Komm schon. Ah, Mann. Und immer die Kämpfe dazwischen. Ach. Willst du bloß irgendwo hin, weißt du? Der Gearbot, der stirbt doch schon, wenn ich ihn angucke. Siehst du? Ach, schön. Ich darf die Fresse nicht so weit aufreißen, sonst wird es doof. Irgendwas. Die Person. Mr. Vielen Dank.